Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja in den Final Kampf dann. Okay, wir sind mittel irgendwo drin. Bau hier mal zu. Direkt am spawnen. Okay, das sind, warte mal, komm mal mit, lass einfach jetzt in die Richtung rennen. Wart man, komm, komm, wir müssen jetzt schnell weg. Merkt ihr den Eingang, wo wir waren, also hinter uns? Wir gehen jetzt da hoch in den Wald, okay? Ja. Ich hab nen Chicken gekillt und bin wieder verwundbar. Da oben platzieren wir jetzt unsere Wolle, okay? Ja. Irgendwo ist es jetzt wirklich scheißegal, ich will nur nicht diesen scheiß Countdown da haben. So. Ich stehe jetzt hier und... Nein, nicht grad oben. Slash b live. So. Okay, wir haben jetzt nur noch acht Leben. Hä, wo ist die Wolle? Okay, da, da, da. So. Ähm. Lass da runter gehen kurz. Ja. Ja, du kannst deine da setzen, ja. Okay, pam. So, wunderbar. Wart kurz, ich setz meine... Ähm. Gut. Mach mal. Hinter. Ja. 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 Wir waren ungefähr in dieser... Aus dieser Richtung hier, gell? Warte kurz, wo stehst du denn da? Hier oben auf den Berg. Ja. Von woher kamen wir ungefähr? Von da. Ja. Hast du grad gesagt, du stehst auf dem Berg. Wo bist du denn wieder? Ja, hier unten. Guck. Da aus der Richtung kamen wir, oder? Ja. Bist du so vergesslich? Ey, ich... Ey, ich... Ne, ich war mir nicht mehr sicher, ob da lang oder da hinten lang. So. Jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Ey, wir waren so nah am spawnen, gell? Achtung, aufpassen. Ich sehe unseren Eingang. Du baust direkt wieder zu, du baust direkt wieder zu, okay? Ne, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Erde. Ja, ja, mach mal hinne. Wir sind am spawnen, das ist mir jetzt zu gefährlich. Okay, wo ist der Eingang? So. Hier, hier, hier. Da, wo das Licht ist. Komm. Ja, stimmt. Ich baue die Fackel hier ab. Ne, ist kein Licht mehr da. Ähm. So, gut. Jetzt wieder runter. Zubauen. Ich baue jetzt jedes Mal, wenn wir Übergang, Höhle, ähm... Äh... Gang haben, den Gang irgendwie zu. So. Naja, ich baue jetzt alles zu. Okay, gut. Das war Sneaky Tactic. Hoch. So, wohin jetzt? Hier unten. Lang. Hier. Ach stimmt. Ich baue, ich nehme die Fackel noch mit. Lass das Eisen aber hier noch mitgehen. So. Ach. Wir haben unsere Wolle platziert, jetzt gibt der Timer Ruhe. Ja, Mann, das rotzt übel an. Mit was baust du's zu? Mit Koppel oder? Ja, klar. Warum mit Koppel? Ist doch eh egal. Hä. Erkennen die doch eh. Ist das sinnlos. Wissen sie ja, wo wir lang sind, dann locken wir sie eher zu und so. Als ob da jetzt einer die Wege findet in der Höhle. Ja, wenn du dich mit Koppel markierst. Vorsicht, da ist ein Skellet. Für das Skellet. Für das Skellet. Wo sind wir jetzt nochmal lang? Na, was? Hier lang. Da vorne ist der Monsterspawner. Ist auch gut. Den werde ich jetzt direkt mal benutzen. Jaja, aber es braucht ewig, bis die spawnen. So, ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwie Sharpness-Schwerder wieder herbekomme. So. Na egal, dann gehe ich fahren. So. Alter. So, okay. Ähm. Sharpness-1 und Sharpness-1. Okay. Ähm. Und zack. Und zack. Ich versuche dich einfach zu kombinieren. Gut. Okay, wir haben wieder ein Sharpness-2-Schwert. Nein, wie viel haben wir jetzt? Ähm. Guck mal. Wir dürfen 4 haben, oder? Ah, ich brauche 5 Level, um ein drittes Sharpness-3-Schwert zu machen. Okay. Warte. So. Ich muss noch irgendwas aus dem Ofen nehmen. Bäm. Bin Level 5. Und wir haben noch ein Sharpness-3-Schwert. Wie viele? Oh. Was? Der Amboss ist kaputt gegangen. Na gut, wir haben eh genug Eisen. Okay. Grey Wool, ey. Ich dachte jetzt gerade. Ohne Witz, dann wäre ich glaube ich ein bisschen ausgetickt. So. Ich mache Amboss. Wie macht man denn nochmal einen Amboss? Ich brauche 3, ähm, Blöcke gar. Ja. 2, 3. Und dann? Drei Eisenblöcke und dann so ein Ständer drunter aus Eisen. Okay, wunderbar. Gut, wir haben einen neuen Amboss. Sehr schön. Back on Zack. Ich würde jetzt echt gerne mal wieder Dias finden, ne? Das wäre bombastisch. Ah. So, okay, schön. Äh, Crabkiste benutzen. Ich finde gerade gar nichts. Könnten wir jetzt zwar nochmal einen Bogen machen, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Also, äh, Sharpness-3-Schwert. Ah, aber. Ich werde jetzt, äh, warte. Das muss ja... Redstone. Level 5. Oh Gott, ey. Ohne Witz. Team Purple ist bald raus, gell? Ja. Blaze. Da, so. Und fangen wir mal. Da hinten an. Alter. Okay. Ähm. So. Ich will auch nur Dias finden. Es wird wahrscheinlich wieder 10 Folgen dauern oder so. Ähm. Sneak mal bitte. Äh. Entsneak dich mal. Hm. Sneak mal. Oh Gott, da hinten war ein Name. Okay. Das bin ich. Bin ein bisschen weiter weg. Ja, aber. Äh. Wo genau bist du? Da hinten. Warte. Ents... Jetzt. Sneak mal. Gut. Das bist du. Puh. Hab ich dem Basti Angst gemacht. Ja, du. Äh. Dezent schon, ne? Jetzt kommt gleich irgendein andere von hinten, wo du gar nicht bemerkt hast und killtig. Ich wäre so pizzer. Hier ist noch mehr Lava. Schön und gut. Hm. Hm. Al. Wtf. Ich find nichts. Gar nichts. Bin ich auf Höhe 11 überhaupt? Ja. Egal. Einfach weitermachen. Na gut, jetzt ist... Wir können uns jetzt gleich dann ein Sharpness 4 Schwert machen. Aber bevor wir das machen, machen wir noch ein drittes Sharpness 3 Schwert. Äh, ein viertes. Wegen? Ja, dann hätten wir vier Sharpness 3 Schwerte. Das heißt zwei Sharpness 4 Schwerte. Achso, jaja, klar. Bin wieder da mit 6 Leveln. Okay, gut. Dann verzauber wieder... Oh, hab Dias, hab Dias, hab Dias. Boah ey, der Basti, der findet alle Dias und ich nix. So. Okay, ich hab acht Stück. Nice. Oh, wir hätten Holz mitnehmen sollen. Verdammt. Ich hab Holz in meinem Inventar. Ah, gut. Oh Mist, jetzt hab ich die Wolle abgelegt. Ah, hier liegt auch noch Holz drin. So. Und wenn wir genug Gold haben, können wir direkt... Und Lyscario geht auf YOLO? Der hat keinen Bock mehr. Ruther Moon direkt. Das ist klar. Ja, gut. Sharpness 3, Sharpness 3. Hä, wo ist denn dein Sharpness 3 Schwerte hin? Äh, hab ich aus Versehen mitgenommen. Ah, okay. Wir haben über einen Stack. Okay. Dann mach ich jetzt... Äh... Noch... Schwerte. Mh... Dazu bräuchte ich Eisen. So. Also wir... Okay. Ich hab nochmal Lapis gefunden. So. Na dann. Knockback. So. Komm gleich wieder zurück. Bin gleich Level 10. Sharpness. 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 So. Ups. Okay, bin Level 10, komm wieder zurück. Äh... Wie es kostet... So. Nice. Gut, ein Sharpness 2 Schwert hab ich noch. Und ein Sharpness 1. So. Was hast du alles? Was hast du alles? Sharpness 2 und Sharpness 1. Wir brauchen noch ein Sharpness 1 Schwert zum zusammen craften. Hm. Ähm... Ich könnte meins opfern. Was äh... Ein paar... Es wird zwar mehr Level kosten, aber... Ich... Wir könnten Yolo machen. Ich probiere es. Ja, wir haben noch genug also. Ähm... Dann nimm ein neues. So viel kostet das ja nicht. Ne, ja doch. Bei mir kostet es jetzt 6 Level, aber äh... Juckt mich jetzt grad echt nicht. So. Ähm... Sharpness 2 und Sharpness 2. Na ich geh weiter. Dann warte. Komm. 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 Fack mal. Ich brauch wieder nur noch ein Level. So. Äh... Machen wir das hier rein. Mit den Dias kannst du schon mal Rüstung machen. Was soll ich denn machen? Wieviel Dias insgesamt haben wir? Acht Stück. Äh... Plus 3 ist ein 11. Äh... Da spring raus. Zwei Helme. Ich hab ein Helm. Ein Dia-Helm. Ja, äh... Warte. Elf. Dann lass mich... Äh... Wart mal. Ja, ne... Dann mach Boots und... Leggings. Für mich. Ja, mach halt. Ne... Ja, Leggings kriegt... Äh... Doch krieg ich hin. So. Hab einmal Boots. So. Und dann noch, äh... Ne... Leggings. So. Ähm... Zieh ich direkt an. So. Und so. Und... Verzauber... Ne, warte. Ich verzauber's einfach direkt. So. 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 Protection 1. Mein Gott. Und hier, äh... Projektil Protection. Ja, gut. Es wird helfen gegen Bogen. Und ich hab keinen Bock jetzt. Ja, gut. Machen wir jetzt einfach so. Mir egal. Ja, das ist sowas unegal. Ne, ist es eigentlich nicht. Wenn du perfekt sein willst. Aber es juckt mich einfach grad nicht. So. So. Mir fehlen jetzt noch nicht mehr viel Level. Dann könnte ich ein viertes Sharpness 3 Schwert machen. Und dann müssen wir farmen für zwei Sharpness 4 Schwerte. Ja. So. Ähm... Ich mach jetzt dann... Ich will nicht wissen, wie viel... Man... Wie viel Level man dafür braucht. Für was? Für die Sharpness 4 Schwerte. Ich glaub nicht so mega viel. Ja. Komm. Komm. So. Ich mach das mal nur kurz da weiter. Gut. Ähm... Zack. Oh nice. Gold wieder. Können wir uns direkt wieder die OP Äpfel machen. Wieviel braucht man dafür? Boah ja. Ey. Wir haben voll viel Gold. Wir haben wirklich viel Gold. Aber... Anstatt OP Äpfel lassen wir uns normale goldene Äpfel machen. Ja. Glaub ich wär besser. Ich hab jetzt zwei Sharpness 2 Schwerter bei mir. Und crafte mir jetzt dann gleich noch ein Steinschwert. Was? Und gegen? Ähm... Dass ich so abnutze. Obwohl wir haben ja genug Eisen. Ich mach mir jetzt einen Steinschwert. Ich mach mir jetzt einen Steinschwert. Ja. Dias. Echt? Ja. Wie viel? Zwo, drei, vier, fünf. Und... 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 Und...